So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ja, der Ramses lebt immer noch, verdammt, was war da denn los? Mir geht's heute sogar irgendwie ein bisschen besser, muss ich sagen, als gestern. Und ich habe schon angekündigt, ich wollte nochmal ein extra Video machen zum Roselia Community Day. Auch wenn das ja eigentlich schon jeder mitbekommen haben müsste, muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben. Gleichzeitig ist auch wieder ein neues Datamine aufgetaucht, wo vielleicht wieder einige interessante Dinge dabei sind. Das Datamine gucken wir uns dann aber als zweites an. Erstmal schauen wir auf den Sea Day, aber nicht den nächsten Sea Day, sondern den darauffolgenden. Denn ihr wisst, am Samstag, heute ist Freitag, Samstag ist dann also morgen, also morgen kommt der Macholo Sea Day. Und das wird einer der heftigsten Sea Days sein ever. Aber ich sag's euch, nicht nur, dass ihr dreifach Sternenstaub habt, mit Sternenstücken, also dann vier, eineinhalb, 4,5-fach Sternenstaub. Macholo ist zudem auch einfach eins der krassesten Pokémon. Müssen wir mal dranhängen für die Leute. Und, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, manche brauchen noch einen Hunderter, manche brauchen noch einen Shiny, manche wollen ihre Hunderter auf Level 50 pushen, brauchen also XL-Bomb-Bombs. Ich hab meine Armee schon ewig am Start, deswegen die EV sind an sich egal. Ich habe auch mein, äh, die Shiny-Sammlung, die Familie, ist auch da, keine Ahnung, gut, nimmst du ein gutes EV-Shiny mit, wäre ja auch was. Aber ich habe ja jetzt schon 6 hochgezogen, da brauche ich ja nicht ein 7, das ist nur, weil es Shiny ist. Und vielleicht 98% hat auch noch hochziehen, wenn ich doch schon 600er hochgezogen habe. Für mich ist also wichtig, der Staub und ganz viele Macholo fangen eben für die XL-Bomb-Boms, damit ich die 6er-Armee vielleicht mal komplett auf Level 50 ziehen kann. Stellt euch vor, 6 Level 50er, 100%ige Maromai in your face. Das klingt auf jeden Fall heftig, das wäre also mein Ziel, was euer Ziel ist, könnt ihr ja mal drunter schreiben für morgen. Und dann wurde eben auch schon der Roselia Community Day für den Februar angekündigt, und zwar am 7., also direkt Anfang Februar. Das ist interessant, ihr wisst ja, am 20. Februar ist auch dieses Kanto-Event, wo es eben alle restlichen Gen 1 Shinies geben soll. Shiny Relaxo, Shiny Ditto, an dem Tag soll es Mewtwo-Raids wiedergeben, die legendären Vögel, die 3, sollen an dem Tag da sein in den Raids. Also Februar wird auf jeden Fall auch krass. Aber viele sind unzufrieden mit dem Roselia Community Day und sagen, was ist das denn für ein Mist? Warum ist das aber Mist? Ich meine, Roselia wurde damals bei der Safari-Zone in Dortmund veröffentlicht als Shiny. Ich habe damals im Park, da war ich auch mit der Crystal unterwegs, etliche Shinies abgeräumt mitgenommen. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, dann wurde es auch gleichzeitig weltweit freigeschalten, jeder hat da was mitgenommen. Aber Roselia ist schon immer aufgefallen durch seine hohen WP. Wenn ihr durch die Gegend lauft und fangt einfach ein wildes Roselia mit 1600 WP, 1700 WP, das ist einfach eine Wucht. Und dann gab es ja die Entwicklung, Rosarade. Und Rosarade ist nicht nur eine nette Entwicklung dazu, die ist auch noch nützlich. Das ist ein guter Giftangreifer, aber eben ein richtig guter Pflanzenangreifer auch. Das ist für euch die Chance, wenn ihr jetzt keine Starter-Armee habt von den Pflanzenangreifern, gönnt euch doch einfach ein paar Rosarade. Ihr müsst nur ein paar Bonbons sammeln, ein hohes entwickeln. Und ihr habt gleich ein richtig nices Rosarade, auch mit Strauchler zum Beispiel, als Pflanzenattacke, als Chargemove, was halt einfach was zu bieten hat. Ich habe das so oft gegen bestimmte Rocketrüpel oder so, wo ich mir dachte, was nimmst du jetzt? Du könntest jetzt das nehmen, das, das, das. Ach, nimm Rosarade. Das greift einfach so fix an, das macht so gut Schaden, gerade mit Strauchler dabei. Also, ist an sich von Pflanzen-Pokémon her eins meiner Lieblings-Pokémon. Und da, auch wenn ich keinen Hunderter mehr brauche, auch wenn ich keine Shinies mehr brauche, geht es doch alles jetzt für die, die sowieso schon alles haben, um XL-Bonbons. Also ganz viele Rosilias fangen, Bonbons machen und mal ein Level 50er Rosarade hochzüchten. Wer noch kein Gutes hat, kann sich auch hier, eben wie bei Macholo, gönnt euch einfach eins mit gutem IV, gönnt euch ein paar Shinies, die Familie. Es ist auch wieder ein Pokémon, was ein Baby-Pokémon beinhaltet. Was wir nämlich hier sehen, Knospi. Und wer noch kein Knospi hat, muss man ja brüten, der hat da auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, ein schillerndes Knospi zu brüten. Dafür ist auch die Eidistanz gefördert. Ihr braucht also nur noch 500 Meter für ein 2-Kilometer-Ei. Sollte also fix gehen, dafür, dass ihr zu Hause sitzt und euch nicht bewegen dürft. Müsste es also fix gehen, 500 Meter zu sitzen. Und, ja, keine Ahnung, hier steht nochmal alles. Das ist wieder der Artikel. Ihr seht hier nochmal die shiny Familie, kurz Zeitraum, hin und her, bla bla bla. Aber das machen wir zu. Gucken kurz auf den. Das ist nicht so anschaulich, aber irgendwie auch übersichtlich. Also vom 7. Februar wieder 11 bis 17 Uhr. Ihr wisst das ja, seit Corona gegen die City Days eben 6 Stunden, nicht mehr 3 Stunden. Roselia in hohen Anzahlen, in hohen Anzahlen wie üblich als shiny. Bis 19 Uhr erlernt Rosa Rade die Sofortattacke Kugelsaat. Ich weiß gar nicht, was es jetzt hat. Kugelsaat auf jeden Fall eine... Müsste eine Pflanzenattacke sein, oder? Vielleicht ist es mit Kugelsaat, also dann noch besser. Kugelsaat und Strauchler in Kombination. Wenn ihr ein gutes Pflanzen-Pokémon haben wollt, was auch in Raids als Pflanzenangreifer fungiert. Und für die GBL-Veteranen kann es die Ladeattacke Meteorologe vom Typ Feuer lernen. Er wollte nicht schon immer mal ein Pflanzen-Pokémon haben, was mit Feuer angreift und sich dabei selbst verletzt und Schaden nimmt. Also die GBL-Kämpfer gönnen sich die Ladeattacke. Die Raid-Kämpfer und die Leute, die einfach nur keine Faxen machen wollen, gönnen sich die Sofortattacke. Außerdem gibt es in Schnappschüssen besondere Begegnungen. Also normalerweise war das ja dann trotzdem das Pogbon vom C-Day. Ihr könnt aber auf jeden Fall so eure Schnappschuss-Medaille wieder ein bisschen pushen. Für 1.280 Münzen gibt es in einer Box eine Top-Sofort-TM, 4x Rauch, 4 Super-Brutmaschinen und 30 Hyperbälle. Für mich sind diese Boxen eigentlich immer interessant. Habt ihr euch schon einmal am C-Day so eine besondere Box gegönnt? Ich kaufe mir die eigentlich nie. Weil, weiß ich nicht, Hyperbälle, Brutmaschinen, Rauch. Die Top-Sofort-TM klingt ja verloggen, aber die kriegt ihr ja trotzdem auch aus der GBL. Wenn ihr die spielt. Jetzt habe ich noch nie eine Top-Sofort-TM verbraucht und auch noch nie eine Top-Lade-TM. Ich bräuchte mir also auch keine Box kaufen für Echtgeld, wenn da das drin ist, was ich eh schon habe, aber nie benutze. Das wäre ja Quatsch. Klar ist das nützlich, aber ich habe es eben noch nie eingesetzt. Und solange ich davon noch habe, brauche ich auch sowas nicht. Es wird wieder eine befristete Forschung geben. Durch diese man Sinusteine, die zur Entwicklung Roselia, zur Roserade benötigt werden, erhält. Okay, das haben wir ja die ganze Zeit auch schon gehabt bei den Sachen. Werdet ihr sicherlich in dem Heute-Tab wieder ein paar Aufgaben haben und kriegt dann vier, sagen wir mal vier, vielleicht vier Sinusteine, vier, fünf. Wir sehen ja dann, wie viel es ist. Braucht man natürlich. Ist auch ein bisschen teuer für 100. Und den Stein, die entwickeln. Aber es lohnt sich, meiner Meinung nach. Ich muss ja eigentlich keinen Sinn entwickeln. Gut, ich könnte natürlich mit der Top-Sofort-TM könnte ich mir die Seed-Day-Attacke auf ein bereits entwickeltes 100er gönnen. Jetzt mache ich nämlich gerade eins zum Best-Buddy. Ist ja doof, das ist dann Best-Buddy und 100. Aber ich muss ein anderes nehmen und das entwickeln und das hochziehen. Nur für die Attacke, da wäre eine Sofort-TM vielleicht nützlicher. Aber ist die so wichtig auf diesem Pokémon? Wahrscheinlich auch nicht, deswegen weiß ich immer noch nicht, was ich damit mache. Wie üblich gibt es die 99 Cent. Spezialforschung, kauft man vorab das Ticket für Event rund um Pokémon Rot und Grün, erhält man das Ticket für den Community Day bereits inklusive. Habe ich ja schon im Dezember gemacht, dieses Ticket gekauft. So müsste also die Roselia und die Mach-O-Mai-Forschung da mit drin sein, die man sonst für 99 Cent kauft. Was ich gut finde, weil da ja auch immer ein Knusp noch mit dabei ist und noch ein paar andere komische Items. Und ja, habt ihr das Ticket schon gekauft für die Kanto-Tour? Ja, nein, immer noch nicht. Entscheidet ihr euch wieder einen Tag vorher, so hättet ihr diese zwei Sachen für jeweils einen Euro auch nochmal gespart und noch mit drin gehabt. Knospi schlüpft während dem Event aus zwei Kilometer Eiern. Da freuen sich viele drauf. Und ja, Schlüpfdistanz reduziert, genau. Rauch hält drei Stunden an, das sind eigentlich alle Infos. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr einer der Hater, die sagen einfach, boah, Roselia, das ist doch übelst wack, was will ich damit, geh mal fort. Oder seid ihr jemand, der einfach gönnt und sagt, hey, manche brauchen das noch, manche wollen ein gutes, manche brauchen einen Shiny, ich gönne mir XL-Bonbons für mein gutes, zum Puschen, bam. Hat auf jeden Fall seine Existenzberechtigung. Es gab schon schlechtere Pokémon, würde ich sagen. Klar hätte man sich gefreut, wenn es 10-fach Sternstaub gibt dazu, aber ihr werdet jetzt bei Macholo verwöhnt. Sie hätten bei Macholo Brutdistanz gewählt, wo die Leute sagen, gut, der Bonus ist egal, aber das Pokémon ist so fett. Und hätten dann bei Roselia statt Brut den Staub genommen, dann hätten alle gesagt, boah, das Pokémon, aber der Bonus ist so fett. Und schon wäre alles fett. Obwohl das auch keinen Sinn macht, wenn ihr eigentlich das Baby brünen wollt, dann müsst ihr immer die volle Distanz laufen. Ich sage auf jeden Fall, der Roselia Community Day ist besser, als die meisten denken. Das ist meine Meinung dazu. Und in der Data Mine, wollte ich mir auch noch kurz was sagen, ist eigentlich auch gar nicht so viel gefunden worden. Hier steht wieder da, was natürlich Data Mines sind. Es gibt eine neue Attacke, aber werdet ihr sicherlich dann was hören, wenn das soweit ist und die im Spiel ist. Die heißt nämlich, Daunen reigen, ne, senkt den Angriff des Gegners um zwei Stufen. Joa, wer bekommt das? Weiß ich nicht. Neue Suchfilter gibt's auch. Ihr könnt also nach Pokémon suchen, die einen Tag haben. Und ihr könnt mit Candy XL nach Pokémon suchen, die Level 40,5 oder höher sind. Also alle Pokémon, bei denen ihr schon ein XL Bonbon zum Puschen benutzt habt, könnt ihr dann da finden. Jedes, wo ihr mal ein XL Bonbon benutzt habt, mit Candy XL. Dann Abonnement. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wurde ja schon oft gesagt im Shop, dass es wohl möglich sein wird in Zukunft, da ein Abonnement abzuschließen, wo jeden Monat so und so viel Euro weggehen, aber ihr jeden Monat dafür irgendwas bekommt, ganz automatisch. Ob das jetzt sinnvoll ist, was man da bekommt, oder ob man sich nicht Dinge trotzdem einzeln separat holen sollte, das bleibt abzuwarten für mich. Wenn ich mir was hole, ist das meistens nur eine Hyperbox, mit vielen Raidpassen drin, dass ich eben viele Raids machen kann von bestimmten Pokémon. Oder eben, wenn es sein muss, auch eine Abenteurerbox für Brutmaschinen, wenn ich Eiervideos mache. Wenn die jetzt hier wieder sagen, ja, bezahlt 5 Euro im Monat und dafür kriegt ihr jeden Monat dann eine Gratisbox mit 30 Toppelebern und 30 Hyperbellen und eine Top-Lade-TM und 10 Sternstücken, dann wäre da für mich nichts dabei, wo ich sagen würde, muss ich unbedingt haben, dafür hole ich mir das Abonnement. Aber mal gucken, wir lassen uns überraschen, man weiß noch nicht genau, was dann dabei ist. Es soll wohl auch eine Testphase geben, die jeder nutzen kann und dann tut sich das aber automatisch verlängern, wenn ihr das nicht abbestellt. Also ihr werdet schön in die Falle gelockt. Leute, die sagen, oh, was ist das kostenlos, drücken drauf und dann nach einem Monat kommt die Rechnung, ja, du hast es ja nicht abbestellt in der Frist, jetzt musst du bezahlen. Also da fallen bestimmt auch viele drauf rein. Trotzdem, man kann es ja ausprobieren und ich würde sagen, probiert es einfach aus, aber seid so schlau und kündigt das dann, wenn ihr das eigentlich gar nicht haben wollt, aber nehmt halt das Kostenlose mit. Dann Eihilfe. Es wird wohl in Zukunft mehr Infos zu Eiern geben, zu irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, zu Pokémon, zu sonst was. Die Data-Miner vermuten, dass eine Yannick hier offener über den Inhalt der Eier spricht und eventuell auch über die Chancen der einzelnen Pokémon. Und die zusätzliche Eihilfe bedeutet darauf hin, dass es hierfür ein separates Menü oder eine separate Seite geben wird. Keine Ahnung. Alle auswählen, den Satz verstehe ich auch nicht. Level-Up-Status. Finde ich. Na ja gut, jetzt ein bisschen zu spät. Wenn ihr ein Level-Up bekommt, dann wird euch angezeigt, okay, Glückwunsch, hier Level 50. Da gibt es jetzt auch 5 Bären dazu. Aber zukünftig sollt ihr mehr Infos bekommen. Nämlich auch, als würden beim Level-Up zusätzlich Informationen über den Spiele erscheinen. Anzahl der gefangenen Pokémon, gedrehte Pokéstopps, gewonnene Raids und die gleichen Werte im Vergleich zum vorherigen Level. Ja gut, aber das kommt jetzt. Ich meine, wäre jetzt nicht gerade Level 50 möglich und du wärst auf Level 40 und es gäbe kein Höheres, dann würdest du davon nie was mitbekommen. Es wäre ja cool, also die Leute, die jetzt Low-Level sind oder gerade neu anfangen, die steigen auf ins Level 2 und dann steht erstmal dort, yeah, du hast 5 Pokémon gefangen dafür und 5 Stops gedreht und hast keinen Raid gemacht. Und das ist ja sehr informativ und interessant, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich so ein hohes Level habe und gar keinen Level-Up mehr bekommen kann und alle sehen ihre krassen Statistiken zwischen den einzelnen Leveln und ihr steht da und denkt, hmm, okay, ich glaube, ich mache mir einen neuen Account, dass ich auch sowas sehen kann, also sowas hätten sie eigentlich von Anfang an reinbringen können. Den meisten entgeht das halt jetzt. Pokémon-Inventar, gut, da wissen sie auch nicht ganz genau. Lass mal im Raum stehen, was da jetzt gemeint ist. Icons mit Rand, seht ihr natürlich auch heftig den Unterschied. Guckt mal hier, ohne Rand, ne, und mit Rand. Seht ihr den Unterschied? Den Unterschied sieht man, glaube ich, nur, wenn man das mal nimmt und hier wegziehen will. Ohne Rand ist halt ohne Rand, aber mit Rand sieht man ganz klein, dass das eben einen weißen Rand drum hat, den man natürlich auf dieser weißen, auf dem weißen Hintergrund nicht sehen kann. Aber wahrscheinlich sollen die Icons jetzt einen weißen Rand bekommen, dass sie sich besser abheben, egal wo die auftauchen und wo man die sieht. Dann steht noch was da mit Dittos Sammlung. Die schillernde Variante von Ditto wird im Rahmen des Pokémon GO Tour Kando erstmals in Pokémon GO veröffentlicht. Das Problem dabei ist, dass dadurch theoretisch alle schillernden Varianten aller Pokémon erhältlich sind. Weil du, wenn du dein schillerndes Ditto nimmst und kämpfst dann gegen ein Kyurem, dann verwandelt sich das schillernde Ditto ja ins Kyurem, aber müsste es sich ja dann ins schillernde Kyurem verwandeln. Und so könntet ihr jedes Pokémon, egal ob es das schon Shiny gibt oder nicht, als Shiny Pokémon euch zumindest mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, was daran so verkehrt ist. Man weiß ja eh meistens, wie die Shinies aussehen. Wenn nicht, kann man danach googeln, sich das reinziehen. Aber ihr habt ja jetzt keinen Vorteil dadurch. Ihr kämpft dann halt gegen das und das und dann verwandelt ihr euch in das, aber ihr habt das ja danach nicht auf der Hand. So, finde ich eigentlich Quatsch, wieso man jetzt das unbedingt trennen muss, dass Ditto sich eben nicht in die Pokémon verwandeln kann, die noch nicht Shiny im Spiel sind. Lass das doch. Das sieht doch gut aus. Dann verwenden wenigstens mehr Leute Ditto, um sich alles anzugucken. Es wird wohl hier auch eine Ditto Library geben, eine Ditto-Sammlung oder Ditto-Bibliothek. Die wurde nämlich entdeckt. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel darauf vorbereitet wird, sich zu merken, welche Shinies bereits im Spiel erhältlich sind und welche nicht, so dass Ditto sich nur in schillernde Varianten von Pokémon verwandelt, die schon existieren. Warum? Hätte doch einfach gemacht, alle. Ob ich mir jetzt ein Bild im Internet raussuche, wie sieht denn das Shiny Kiurem aus oder ob mein Shiny Ditto sich in ein Shiny Kiurem kurz verwandelt, bevor es umfällt und ich habe das kurz mal gesehen. Was wäre so schlimm daran? Ich verstehe es nicht. Egal. Das waren aber jetzt auch ihr die Dada-Minds, die Neuen, die das so gefunden wurden, die Meinung zum Seeday abgegeben. Schreibt mal eure Meinung rein. Freut ihr euch auf Shiny Ditto? Habt ihr euch das Ticket geholt? Freut ihr euch auf den Seeday morgen oder auf den Seeday im Februar? Spielt ihr eh jeden Seeday? Holt ihr euch immer die 99-Cent-Forschungen? Würdet ihr ein Abonnement abschließen? Was muss in einem Abonnement für euch mindestens drin sein, damit es sich für euch wirklich lohnen würde, sagen wir mal, 5 Euro im Monat zu bezahlen? Automatisch. Und was interessiert euch überhaupt nicht an Belohnungen? Bestimmt wahrscheinlich Bälle und Beleber, wo die meisten sagen, ich brauche was anderes. Das war es aber jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Nein, mach doch nicht alles kaputt. Wir sehen uns dann heute Abend bei Rates für Zuschauer mit Comalat. Wieder 1 Stunde, 18 bis 19 Uhr. Morgen wären es Seedays auch die ganze Zeit und nebenbei Seeday und Sonntag dann aber Heatran Rates für Zuschauer. Wer bis dahin immer noch keinen Satz hat, macht Sonntag dann einfach mit. Da wird es wieder 11 bis 17 Uhr oder 11 bis 16 Uhr, glaube ich, durchgehen. Wird ja alles angekündigt, aber wenn ich alleine bin, brauche ich keine Heatran Rates hosten, denn dann sind die Leute meistens zu wenig. Ihr wisst das ja, man lädt 5 ein, 2 gehen nur rein, würden es vielleicht schaffen, trauen sich nicht, selbst wenn die zu 5 sind, sagen 4 von den 5 Leuten, wir sind nur 5, ich bin raus, dann hauen die wieder ab und der eine steht alleine drin, deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend und morgen und übermorgen und am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag, wir sehen uns eigentlich immer, deswegen, ich habe nie Urlaub, ich kann auch nie krank sein und wenn ich krank bin, dann muss ich so tun, als wäre ich nicht krank und man sieht trotzdem, dass ich krank bin und deswegen, das war es von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, Peace out, vorhaut, euer Ramses. Peace out, Peace out, Peace out, Vielen Dank.